So, servus Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Live Kalt auf Salaam. Wir holen hier einfach nochmal ein bisschen Gold ab. Kurz. Oh, Hütten haben wir ja genug. Achso, da schläft einer noch eben drin. Alter, das hab ich ja schon wieder so viel Gold, aber die beten halt ohne Ende. Ja, ich hab 3000 Gold, was will ich mit so viel? Eine Sache, was gemacht werden muss, ist, Leute, wir brauchen noch mehr Hütten. So, und... Was auch gemacht werden muss... Ich muss kochen und hier noch so einen Hirschkäfer kaufen. Ganz wichtig, dass wir 20 Anhänger haben. Du bist kein Hirschkäfer. Du bist jetzt, ähm... Äh, sowas. Sowas. Ich will eigentlich wieder so einen machen. Aber wir können noch einen neuen... Ach komm, so einen neuen Fuchs. Mit dem Malung, der gefällt mir. Dann muss man so einen auch mal wieder. Und ja, du gehst mal Feld arbeiten. Äh, die Produkte hat so viel Geld für mich, das ist Wahnsinn. Ich werde ausgeschlafen, seit er ich schon... Du fahrst, du fahrst, du fahrst. Jawohl. Nice. So, ich habe noch ein bisschen Geschenke. Das hier, ja, meine Steinmine. Ich habe 300 Holz. 600 Stein. Aber ich kann noch mal Platz schaffen hier zumindest. So, dann kann ich theoretisch noch eine Vogelscheuche noch aufstellen. Oh, 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 das ist eine gute Idee. Hier, Vogelscheuche. Dann nehmen wir hier auch noch eine hin. Und hier oben eine hin. Dann... Windrad 2, können wir noch eins bauen. Dann... Windrad können wir noch mal bauen. Wenn das eine steht hier. Das andere ist da mittendrin. Ja, nee, das ist eigentlich... Eigentlich ist es ja schon gut, so wie die stehen. Na ja. Äh, seid ihr ausgeschlafen? Du bist ausgeschlafen, Tretre. Anano ist auch schon ausgeschlafen. Du bist jetzt auch ausgeschlafen, Torrejulon. Komm. Ja, du hast eine Quest für mich nochmal. Schalom, oh Gott. Großer Anführer, es gesehen, gerüchtet, dass wir nicht genügend Nahrung haben. Bitte, weil ich das gegnern habe. Mahlzeiten. Klar, mach mal. Klar, koch ich. Komm, da. Und gleich irgendwie so geile, fette Sachen. Na, das ist Fischfleischrüben. Das ist Rüben und Ding. Machen wir fünf Seuchne. Und ein bisschen Ding. Geiles Essen. So, ich will eine Grasmahlzeit essen. Selber. Und jetzt wird nochmal gekauft. Und nochmal Grasmahlzeiten, weil meine Anhänger lieben Grasmahlzeiten. So. Ich darf jedenfalls genug da. Dann wird hier mal gebaut. Warum baut das niemand? Ich habe Leute, die was immer wach sind. So, ich habe die Belohnung von Torrejulon. Ja, machen wir gleich. Hat jemand den Level abbekommen? Das pennen halt alle. Wenn ich jetzt aufwecke, dann haben sie gestört und schlafen wieder. Da sind sie auch wieder ärgerlich. 18 Hölzer, 4 so ein Ding. Wir haben mehr ist genug. Oh, wir brauchen wieder Goldbarren. Gold haben mehr ist genug. Das heißt, wir müssen Goldbarren machen. Und ich will die Leute jetzt nicht unbedingt in der Nacht zu Dämonen machen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt zu Dämonen mache, sind die dann eventuell sogar Ding. Die sind ja nicht mehr verfügbar zum... Ähm... Leute, die Spinne hat eine Goldmünze. Ja, okay, komm. Ja, nee, die Nacht ist gleich vorbei. Das warten wir jetzt noch schnell ab. In der Zwischenzeit baue ich halt einfach irgendwas auf hier. Die Vogelscheuche. Okay. Okay. Tag 89. Wuhu. Ich habe noch Halsketten zu verteilen. Die Fledermaus kriegt auf jeden Fall eine. Die Fledermaus gibt die Mondhalskette. Ja, weil ich sie kann. Ja, aber jetzt essen sie erst mal alle. Ding, 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 ding. Da ist die Fledermaus. Du, Geschenk... kriegst die Mondhalskette. Das heißt, du schlägst nicht mehr, ab sofort. Äh, mein neuer Fuchs hier. Du kriegst die Naturhalskette. Das ist Bonusressourcen. Dann haben wir hier eine Level-Up-Katze. Oh nein, Anderano ist alt. Und er auch. C-Paar. Da unten wird jemand irgendwo ein Level bekommen. Ich habe es genau gehört. Hier müssen wir Samen reinpacken. Wer von euch hat das Level-Up? Keiner, hä? Doch, da du. So, von dir habe ich Stress erfüllt. Schorgelung. Oh, du hast es geschafft. Wahrlich. Du bist ohne Makel. Du bist ein dankbar großer Anführer. Oh, alles easy. Dämonen habe ich gesagt, mache ich nicht, sondern wir gehen jetzt unseren Auftraggeber mal befreien. Oder schauen wir mal. Aber wenn der jetzt töten will, das ist echt schwierig. Na, vielleicht können wir ja sagen, okay, machen wir. Alles gut. Alles easy. Ich hätte aber predigen sollen vorher, damit ihr auch Jahre alle erhebt. Das ist hier 20 Anhänger. Bevor sie an all das Zwerch sterben, mein Anderhahn. Oh, was ist das? Oh, das ist geil. Behörungen des Wiedergängers ist geil. Jetzt vergiftet er sie. Gehört durch ihr Pest. Gegenangstern friert sie ein. Finde ich beides nicht so geil. Rein damage-mäßig muss ich hier die Behörungen des Wiedergängers eigentlich nehmen. So, wir haben eine Nekromanten-Axt. Zerstören gegen einen Geistern-Fessel. Wir haben ein gnadenloses Schwert. Erhöhte Crit-Chance. Ja, die Panzerhandel, die nehmen wir nicht. Also entweder die Axt oder das Schwert. Hm. Ja, aber Crit, komm. Komm, wir nehmen das göttliche Schwert, weil es einfach das fucking Halo-2-Schwert ist. Das Halo-2-Energieschwert. Bam! Oh. Da vorne ist er. Kann er es auch nicht mehr schlagen. Gefäß. Ich entbünde dich von deinem Dienst für die rote Krone. Bring sie zurück zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet. Das Ende? Nee, Ende finde ich nicht so gut. Tatsächlich. Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit. Ähm. Was heißt hier Opfer? Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß. Und lege dein Leben zu meinen Füßen. Hey, das sind meine Anhänger. Pass auf. Niederknie und Opfer. Was, was passiert, wenn ich jetzt annehme, Enderk? Bin ich dann einfach tot? Ist es dann aus? Er hat gewonnen? Ende? Weil ich bin mir unsicher. Gibt es unterschiedliche Enden in dem Spiel? Kann ich jetzt einfach sagen, ja, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich werde geopfert. Er ist befreit. Spielende. Ich habe gewonnen. Ich bin jetzt Lamm. Aber wenn ich tot bin, habe ich eigentlich verloren, oder? Ha, nee. Nee, nee. Wir knien mal nicht nieder. Du hast mich also betrogen, Lamm. Du hast dich von meiner Lehre abgewandt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Ja. Das hört sich gut an. Ich bin der Chef hier. Diese Krone gehört nach göttlichem Recht mir. Denkst du wirklich, du könntest dich dem Tod widersetzen? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Oh, es ist Baal. Meister, gestatte es mir. Ich werde diesem Wicht eine Kostprobe deines Zorns geben. Alter, es ist wirklich ein Baal. Das ist der andere, der Mephisto. Uh, die Haut. Au, 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 au. Was ist gut, der? Oh, ja, easy. Nein. Alter, ich habe doch gedocht. Ich habe doch gedocht. Hier, ich schieße zurück. Nein! Eifer sammeln. Stimmt, ich muss mir Eifer sammeln. Zack, haben wir ihn. Tja, Ball. Ha! Andere ist Eim, er ist nicht mehr der Fisto. Ich werde mich um die Bestie kümmern, Meister. Ich werde die Krone von seinem Kopf schlagen. Eim. Okay, was macht Eim? Uh! Den habe ich nicht kommen sehen. Alter. Läuft bei dir. Ne, ich mache ihm auch gut Damage. Oh, shit. Das hantet mich hier. Boah, die werden auch größer, die Dinger. Okay, das ist ja der Hunter. Nice. Nein! Ja, hab ihn! Tja, Eim. Glaubst du, er ist gewonnen? Du glaubst, du wärst in Sicherheit. Vergiss nicht. Du gehörst mir. Sogar nachdem ich dich abgeschlachtet haben werde, wird dein Schmerz nicht enden. Du kannst mir nicht entkommen, nicht einmal im Tod. Äh, ich will das Herz da haben. Äh, okay, der Cat ist bereit. Jeder, der wartet. Okay. Du musst jetzt ein bisschen Eifer sammeln. Alter. Alter, Auge. Okay, läuft bei ihm. Oh, das war da nicht so gut. Oh, so, ich muss eigentlich ihn mal hitten. Oh, das war schlecht. Au! Oh, nice. Nein! Den Hit, den Dodge habe ich nicht mehr hinbekommen. Oh, ich habe kein Eifer. Ich habe kein Eifer. Shit! Eifer sammeln. So, warten wir zu einem Respawn. Einen Shot haben wir noch. Oh. Oh, Rotierdinger, die sind nicht gut. Ist gar nicht gut. Mach die mal weg. Nein! Fuck! Oh! Fortsetzen. Oh mein Gott. Okay, dann teste ich jetzt mal, ob ich mir... Ich brauche mehr Eifer. Gutreno. Eifer plus vier. Was sind meine High-Level? Stufe drei. Wie gibt es Geisterherzen? Drei. Ich habe halt jetzt kein High-Level mehr, weil er auch Nano alt ist. Oh mein Gott. Das heißt, ich nehme hier ihn mit. Ich behalte mehr Eifer. Und sammle ich hinterlassen, er Eifer automatisch ein. Das ist pervers. Dann... Wir sind einen an und explodiert. Nee. Ich brauche hier meine... Einmal hier so einen Bogendut. Mehr Trebre. Und auf ihren Julembré. Ja, das sind doch nur die beiden. Julembré. Julembré. Merkung. Und... Mehr Trebre. So, ihr... Wo seid ihr? Mehr Trebre? Ich nehm mal deine Beichte ab. Ja, ja. Level ab. Sehr gut. Krieg ich instant. Ich will noch ne Beichte abnehmen. Du hast heute... Ach, ich kann sie nur von einem nehmen. Okay, egal. Dann... Dann... Halt. Du bist ja fast level ab. Oh, du bist schon level ab. Du bist trotzdem... Hä? Ne, ich hab von ihm... Ich hab von der Giraffe eben die Ding abgenommen. Lol, der hat das Level ab doch noch nicht durchgenommen. Ich kann nochmal schnell predigen. Ich nehm mal noch ne Predigt, damit die Leute happy sind. Oh mein Gott. Drei alte haben wir? Oh nee. Boah, ich dachte schon nicht. Ich dachte schon, dass es ist... Verpackt, passiert jetzt nichts. Nee, das sind die Plätze von denen, die was hier... Ding. Warum? Mein Intel ist aber nicht weg, oder? Ne, jetzt kommen sie wieder raus, alle. Hä? Oh mein Gott, das ist so hart. Ich kann eben nicht... Ich kann nicht mehr rollen. Ich kann nicht mehr rollen. So, mehr Temprä ist es zwei. So, und der dritte, den ich wollte, war hier der Tool... Tool Mehrbrä oder so, da. Der hier ist es. Okay. Ich kann nicht mehr rollen. Wollen wir gleich keine Dodge Roll mehr machen. Verstehst nicht. Aber da, da ist er hier. Du. Du bist es. Du wirst jetzt erstmal hier... Betanzt und... Du kriegst... Nein. Ach, verdammt. Da. Nein. Hier, ihn. Du kriegst noch ein großes Geschenk. Oh, ihr Lampoppe. Als ob das nicht reicht für den Level-Up. Als ob du echt so schlecht zum Level-Upen bist. Dann kriegst du eine kleine Sau noch. Mir egal. Du wirst jetzt ein Level haben. Jawohl. Ich kann immer noch nicht Dodge Rollen. Ich weiß nicht, wieso. So, aber... Jetzt haben wir ihn... Da ist er. Das ist so für zwei Fuhren. Der Schaden erhöht sich. Jawohl. Und dann kriegen wir mehr Eifer, haben den Nahkämpfer und den Fernkämpf-Ding. Ist das ein Kabel? Warum kann ich nicht mehr Dodgen? Keine Ahnung. Naja, wir haben trotzdem unsere 20 Leute. Dann... ...gibt es einen neuen Try. Jawohl. Pass, aber wenn ihr es zu Dämonen gemacht habt, macht es nichts aus. Ich frage, ob ich Dämonen überhaupt behalten kann. In dem Kampf hier. Ja, da sind sie. Oh, nice. Oh mein Gott, aber was haben wir hier? Das sind die Kromantenschwert. Türkischer Dolch. Türkischer Handschuh. Hm. Tatsächlich kann ich ja ziemlich viele Hits setzen. Immer. Ich könnte es auf dem Gold probieren. Ich frage, ob wir besessen werden. Ich frage, ich wollte hinterlassen. Ein explosives Projektil. Ich wollte hinterlassen. Schuhe der Krone. Damit kann ich halt eventuell die Schuss wegmachen. Ich nehme mal den. Ich teste das. Das ist einfach nur als Safe benutzt. Ich weiß nicht, ob ich den Panzerhandschuh oder den Dolch. 3-8 mal 0-8 oder 2-2 mal 2. Rein DPS mäßig ist halt... Beides 2-2, aber den Beißen haben 2. Komm mal, ich versuche es mit dem Dolch auch. Und hier mit dem Ding, mit dem Auflade-Ding... Ähm, ich kann immer noch nicht rollen. Warum kann ich nicht rollen? Aber jetzt kann ich hier schlagen, hä? Oh, die Käftürk ging mal... Ich kann nicht rollen! Wieso kann ich nicht mehr rollen? Ich kann keine Ausweichrolle machen, hä? Halt mal. Ich kann auch nicht Start und Select drücken. Ja, okay. Dann werde ich halt jetzt einfach sterben, weil ich keine Ausweichrolle machen kann. Hä? Alter, als ob das Spiel jetzt verbuggt ist. Ne, ein bisschen Kürfe. Ich kann hier auch nicht mehr weiter drücken. Alter, ernsthaft. Okay, dann war es jetzt mit der Folge, weil ich werde das über Alt-F4 oder wahrscheinlich sogar mit Taskmaster-Spiel beenden. Das heißt, danke fürs Zuschauen, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Servus. Alter! What the hell? Warum? Warum? So, Leute, servus. Da sind wir wieder. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt aus Versehen die Abmode nur gemacht habe oder Ding. Wir hatten halt einen Bug, dass ich kein Dodgeball machen konnte. Habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Entweder in der letzten Folge oder in der gerade eben, weil das ist ja finale Endkampf. Wir haben unsere drei Dämonen immer noch hier gestackt. Was das heißt. Hm, auf geht's. Auf geht's. Neue Waffen auswählen. Und je nachdem, wie lange das dauert, eventuell, wenn der Final Battle erst bloß drei Minuten dauert, dann, ja, wird das einfach noch hinten herangehängt jetzt als Überlänge wieder, aber ist wurscht. Da war die Abmode halt umsonst genauso wie die Anmode. So, was kriegen wir denn jetzt? Eine Sense. Uh, das war ein Totenwächter. Naka-Wangriff, der Geister beschwört die Gegner angehört. Hört sich cool an. Friert ein. Ja, okay, aber Unverwundbarkeit muss ich nehmen. Zwei Sekunden Unverwundbarkeit. Uh, wir haben einen gnadenlosen Hammer. Oder einen türkischen Dolch und einen gnadenlosen Dolch. Wird er fast den türkischen Dolch nehmen. Oh, ich hab nichts gegessen fürs blaue Herz, oder? Für ein extra Gäste. Scheiße, egal. Aber wir haben noch die zwei Sekunden Unverwundbarkeit. Dann können wir da neun. Vier Angriffe sind 8,8. Alter, ich muss vier Hits machen, um einmal den Hammer zu nehmen. Und wenn der Hammer krittet, dann haut er... Komm, ich nehm den Hammer. Ich nehm den Hammer. So, und auf geht's. Ja, das überspringen wir jetzt. Ball. Oh. Bam. 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 Kann ich eigentlich Damage stacken hier? Habe ich mein goldenes Vlies noch? Nee. So, Ball weg. Easy. What? Ohne getroffen zu werden. Und ich hab Unverwundbarkeit. Jawohl. Jetzt ein. Erstmal den Hit setzen. Oh, blaues Herz. Nehmen wir mit. Au, 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 au. Nice. He, dem, dem Mili-Dämon hat ihn weggemacht. Er ist gewonnen. Du glaubst, du hast die Sicherheit. Ja, ja, haben wir ja alle schon gehört. Oh, die snacken uns. Ich krieg mal das Herz hier noch. Achso, können wir gar nicht. Ja, da haben wir. Lol, was hat das? Was? Wohlverwundbarkeit nehmen. Hits setzen. Herz. Können wir noch gar nicht nehmen. Passt. Au. 4, 3. So, 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 so. Kann ich das Herz jetzt schon nehmen? Nein, nein, nein. So, aber den Kripp drücken wir eben rein. Oh. Fuck. Okay, würde ich gleich jetzt hier Ding zünden und Verwundbarkeit draufhauen und weg ist er. Ja. Bam. Dachtest du, ich wäre besiegt? Dachtest du, das wäre alles, was ein Wesen wie mich ausmacht? Ja. Was ist denn der Ansicht? Über einem Gott zu stehen? Durchaus, ja. Oh, was kommt jetzt? Äh. What? Alter, was zum Teufel bist du? Verdammt. Falsches Idol. Deine Verdärknis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Ähm. Nein, meine Anhänger. Zehn von meinen Anhängern. Ähm. Ey, du hast da ein bisschen Augen verloren. Au. Okay, okay. Warum? Wo kommt ihr raus? Da. Bam. Bam. Nice, da gibt's so wieder ein Herz. Blaues sogar. Oh, richtig schön. Jetzt sind wir früher dodgen. Jawohl. Easy. Au. Welchen Hick kassiert? Ja, hab ich. Au. Komm, das ist auch down. Nice. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich ihn jetzt hauen? Nein? Fuck, Unverbotbarkeit. Uhhh. Ah, da ist das letzte Auge. Au, 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 au. Da hab ich jetzt hart verkackt eben kurz. Nice. Der ist fast down. Okay. Okay. Nice. Mein Melee hat ihn gemacht. Bam. Der Dämon hat ihn gemacht. Nichts Böses tun. Errungenschaft. Jawohl. LoL, er wird zu dem Anhänger. Er ist mich verdrängt. Falsches Idol. Erbärmliches Gefäß. Verdammtes Lamm. Nun, was soll es werden? Eine rachsichtige Gottheit oder ein barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand. Du kannst deine abschalllichen Taten nicht länger auf mich schieben. Ja, ich bin ja, ich bin ja ein guter. Du wirst schwach. Ein erbärmliches Ding. Narre von einem. Warte. Warte. Ja, dann wirst du erst nicht hier endoktriniert, Mann. Ja, meine anderen Anhänger sind alle happy. Anna, nur lebt auch noch. Ich bin mir ja unsicher, ob Anna, der andere ist sogar mein allererster Anhänger, aber... Das Gefäß wiedergeborenes Opfer, steige ein weiteres Mal empor und nimm wahrgestalter, nicht länger ein Diener, sondern ein Gott. Vielen Dank, dass du unser Spiel spielst, edler Junge. Bitte verbreite das gute Wort Nahumferne, damit auf andere durch die göttlichen Lehren des mächtigen Lammes gesegnet werden können. Jawohl! Wir sind durch. Damit ist es doch eine längere Folge, einfach das Finale und die Abmode vorhin war halt einfach... Ja, mei. Dann könnte ich auch rausschneiden. Nee, egal. Die Backlame. Aber geile Spiel hat Spaß gemacht. Auch wenn ich echt nicht gut bin, sondern in dem Spiel. Ich hab's nur auf normal gespielt. Ich spiel eigentlich gerne das Spiel ja schwer. Ja, weil ich mit der Art von Spiel halt überhaupt nicht vertraut war vorher. Ja. Ja, war jetzt für mich auch auf normal schon gar nicht mehr so einfach. Ich hab schon wirklich viele Anläufe gebraucht. So, das ist mein Kronos und hier, da ist er! Jener, der wartet! Ich kann ihm keine Form wählen. Ich kann ihm eine Farbe geben. Nee, eigentlich muss er ja so ein... Das hier, oder? Rot. Ich kann auch seinen Namen ändern. So, was hat er denn? Ich will wieder die Stufe zu erhöhen. Kränklich. Und... Wird nie alt werden! Juhu! Du sollst mich anbeten, auf jeden Fall. Geil, das könnte ich theoretisch noch weitermachen. Ich meine, klar, ich muss Plimbo nach Augen bringen. Meine Dämonen hier oben sind immer noch aktiv. Interessant. Ja, okay. Aber ich würde sagen, den 100% macht man nicht mehr. Obwohl ich relativ kurz davor bin. Dass ich wirklich alles freigeschalten hab. Aber ja, mei. Nee, das war's. Geiles Spiel, sag ich. Danke fürs Zuschauen. Warte mal, gehen wir ins Hauptmenü dafür. Speichern. Hauptmenü. Jawohl. Und damit war's. Es wird kalt auf der Lamp. Danke fürs Zuschauen. War ein geiles Let's Play. Mal schauen, was ich als nächstes mache. Und ja. Servus. Bis zum nächsten Mal. Haut's herein. Euer Kro. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020